Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben, bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Wissenschaftliche Experimente sind wichtig, da sind wir uns einig. Im Bereich der Sozialpsychologie können sie erklären, wie Gedanken, Gefühle und Verhaltensweise durch andere Menschen beeinflusst werden. Allerdings gibt es da ein düsteres Kapitel der Psychologie mit furchtbaren Experimenten, die alle im Namen der Wissenschaft stattgefunden haben. Einige von ihnen stelle ich euch heute vor. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop-Psychologin. Wissenschaftliche Experimente sind wichtig. Wir Psychologen zum Beispiel müssen im Rahmen des Psychologiestudiums sogenannte Versuchspersonenstunden ableisten. Bedeutet, jeder, der Psychologie studiert, muss also als Versuchsperson an psychologischen Studien teilnehmen und sich selbst zur Verfügung stellen. So lernen wir Psychologen die psychologische Forschung zunächst aus der Perspektive der Teilnehmenden kennen, bevor wir dann selbst psychologische Untersuchungen planen und durchführen. Egal von welchem wissenschaftlichen Bereich wir sprechen, Forscher sind bei ihren Experimenten und Studien immer verpflichtet, sich an Regeln und Vorschriften der Ethik zu halten. Das war aber nicht immer so und auch heute noch schießen Wissenschaftler über das Ziel hinaus. Weit sogar. Ich habe euch heute mal ein paar erschreckende Experimente aus der Psychologie mitgebracht. Manche davon sind echt krass und heutzutage Gott sei Dank nicht mehr denkbar. Ein Experiment kennt so ziemlich jeder Psychologe unter dem Namen Monster-Studie. Es ist 85 Jahre alt und hatte das Stottern bei Kindern zum Gegenstand. Ein furchtbares Experiment mit 22 Waisenkindern. Der amerikanische Stotterforscher Johnson, der übrigens selbst schwer stotterte, wollte mit seiner Theorie beweisen, Stottern entsteht, wenn Eltern und Lehrer auf harmlose Sprachfehler eines Kindes reagieren und es dadurch verunsichern. Dazu hat er die Waisenkinder in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe erhielt positive Sprachtherapie, die Kinder wurden durchweg für ihre Sprechflüssigkeit gelobt. Die andere Gruppe erhielt eine negative Sprachtherapie. Bei jedem nur klitzekleinen Versprechen oder Ähm, die sie zufällig machten, wurden sie massiv als Stotterer beschimpft. Ergebnis? Am Ende entwickelten Kinder der zweiten Gruppe, die wohlgemerkt vor dem Experiment normal sprachen, massive Sprachprobleme. Einige behielten sie für den Rest ihres Lebens. Heute schauen wir auf furchtbare Experimente, die alle im Namen der Wissenschaft stattgefunden haben. Zum Beispiel auf das sogenannte Little-Orbert-Experiment, das über 100 Jahre alt ist. Trotz des niedlichen Namens ist es nichts anderes als Kindesmisshandlung. Durchgeführt wurde das Experiment vom Psychologen John Watson, der als Begründer der Verhaltensforschung bekannt wurde. Little-Orbert war ein neun Monate altes Baby, das einer Fehlzahl von Reizen ausgesetzt wurde. Dazu gehörten lebende Kaninchen, Mäuse, Affen, aber auch brennende Zeitungen und Masken aller Art. In der zweiten Phase des Experiments kam Little-Orbert mit einer weißen Maus in Berührung. Da das Kind keine Erfahrung mit Mäusen hatte, zeigte es zunächst auch keine Ängste. Bis zu dem Moment, an dem Orbert versuchte, die Maus zu berühren. In diesem Moment machte der Psychologe ein ohrenbetäubendes Geräusch und erschreckte das Baby zutiefst. Watson wiederholte dies viele Male und so ist es wenig überraschend, dass das Baby die Anwesenheit der Maus bald als beängstigend empfand. Die Angst des Kindes ging allerdings sogar noch viel weiter, denn bald hatte Little-Orbert Angst vor allem, was flauschig und weiß oder sogar nur weiß war. Watson sah mit diesem perfiden Experiment seine Hypothese bestätigt, dass Angst konditioniert sein könnte. Aus ethisch-moralischer Sicht muss man ein solches Experiment ablehnen. Ein grausames Experiment, nur um zu zeigen, dass Angst erlernt sein soll. Aus heutiger Sicht wissen wir, viele Komponenten beeinflussen unser Angstempfinden und das Ausmaß, in dem es sich bei jedem zeigt. Die Frage, ob Angst angeboren oder erlernt ist, lässt sich mit einem klaren Beides beantworten. Es gibt eine genetische Grundlage für die Angst, allerdings verleiht uns nicht ein einzelnes Gen die Fähigkeit, Angst zu empfinden. Vielmehr sind hunderte bis tausende Gene dafür verantwortlich. Eines der bekanntesten und zugleich ethisch fragwürdigsten Experimente im Namen der Wissenschaft ist das sogenannte Milgram-Experiment von 1961. Der Psychologe Stanley Milgram räumte mit seinem Experiment auf mit unseren klassischen Vorstellungen von Gut und Böse. Er hat gezeigt, dass selbst normale Menschen leicht alle Hemmungen verlieren, was die Anwendung von Gewalt betrifft. Und dazu müssen sie noch nicht einmal angegriffen werden oder in einer außergewöhnlichen Zwangslage sein. Es genügt durchaus, wenn jemand freundlich aber bestimmt den Ton angibt. Die Ergebnisse des Experiments erschienen in einer Studie unter dem Titel Eine Verhaltensstudie über Gehorsam. Der Anlass des Milgram-Experiments waren die schrecklichen Vorkommnisse des Nationalsozialismus in Deutschland. Milgram fragte sich, hat das etwas zu tun mit der Persönlichkeit der Menschen? Sind die Deutschen viel schlechtere Menschen als andere? Oder hat es auch mit der Situation zu tun? Der Versuch bestand darin, dass ein Lehrer nach Anweisungen eines Versuchleiters einem Schüler bei Fehlern elektrische Schläge versetzen und deren Intensität nach jedem weiteren Fehler erhöhen sollte. Sowohl die Versuchsleiter als auch die Schüler waren Schauspieler und die Stromschläge erfolgten nicht real. Die Lehrer jedoch mussten davon ausgehen, den Schülern echte Schmerzen zuzufügen. Das Ergebnis der Studie war, dass über 60% der Teilnehmer an diesem Experiment bereit waren, bis zu lebensgefährlichen 450 Volt zu geben. Das Milgram-Experiment wurde vielfach als Beleg dafür verstanden, dass fast jeder Mensch unter bestimmten Bedingungen bereit ist, nicht seinem Gewissen zu folgen, sondern einer Autorität. Daher wird es zur Erklärung der Frage herangezogen, warum Menschen foltern oder Kriegsverbrechen begehen. Heutzutage würde ein vergleichbares Experiment als unethisch zurückgewiesen werden, da es die Versuchspersonen einem starken inneren Druck aussetzt und man sie über den wahren Zweck des Experiments täuscht. Was macht Menschen zu Gewalttätern? Genau das wollte der Psychologe Zimbardo 1971 mit einer simulierten Gefängnissituation herausfinden, um damit auf die katastrophalen Zustände in den Gefängnissen in den USA aufmerksam zu machen. In seinem Versuch untersuchte Zimbardo das menschliche Verhalten in Gefangenschaft, seine Versuchspersonen, seine Studierenden. Jeder der insgesamt 24 Teilnehmer wurde per Zufall entweder zu einem Gefangenen oder zu einem Wärter ernannt. Das Experiment geriet vollkommen außer Kontrolle, weil die Gefängniswärter die Gefangenen misshandelten. Der Versuch gefährdete also das Wohlergehen der Teilnehmer und wurde daher vorzeitig nach sechs Tagen abgebrochen. Ursprünglich waren volle zwei Wochen geplant. Wenn euch diese Beschreibung nun bekannt vorkommt, in Deutschland ist das sogenannte Stanford Prison Experiment vor allem durch den Film Das Experiment mit Moritz Bleibtreu bekannt geworden. Es zeigt, wie auch intelligente und zuvor als geistig völlig gesund eingestufte Menschen sich Rollen aneignen und zu Unmenschen werden können. Aus ethischer Sicht ist das Experiment absolut problematisch. Zwar wurde dessen ethische Unbedenklichkeit vorab durch eine Ethikkommission attestiert, rückblickend hätte die Versuchsleitung aber erwarten können, dass Gewalt ausbrechen und Würde und Integrität der Versuchsteilnehmenden gefährdet sein würden. Als Kernaussage leitete Zimbardo übrigens aus seinem Experiment ab, dass jeder Mensch dazu fähig sei, Böses zu tun und Macht über andere auszuüben. Entscheidend dafür seien die äußeren Umstände, nicht die Menschen selbst. Mein Fazit, die Psychologie braucht wissenschaftliche Experimente mit Menschen. Der Zweck darf dabei jedoch niemals die Mittel heiligen. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Das war Satmaltanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Das war Satmaltanja. Bis zum nächsten Mal.